da sind wir wieder aus der hermannstraße 141 auch im neuen jahr chip guitars, can fly, hier ein exponat warum teuer kaufen wenn es eben auch preiskünstige instrumente gibt sogar das tremolo ist stimmstabil den oberen pick up In der Mittelposition Hambacher Effekt Und dann gibt es unten noch diesen Bratberger in Kombination mit dem mittleren Tonabnehmer, klingt das dann so. Und dann gibt es den Bratberger in Kombination mit dem mittleren Tonabnehmer, und der Hambacher brät. Wie ist die Stimmung? Na ja, gut, also die Saiten sind noch frisch, aber insgesamt... Ein brauchbares Instrument für alle Anwendungen kommt vorbei in der Hammannstraße. Hier, Cheap Guitars Can Fly, kommt vorbei! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!